Wir begrüßen auf der anderen Seite als Experten Herrn Thomas Lohninger, Datenschutzexperte beim Verein Epicenter Works. Vielen Dank fürs Kommen und meine Kollegin Barbara Stenten mit einer schriftlichen Stellungnahme der Bildungsdirektion. Herr Lohninger, können Sie uns vielleicht nur als Einstieg ins Gespräch drei Begriffe kurz auseinander dividieren? Handysignatur, ID Austria und digitales Amt. Was ist was? Also die Handysignatur, die gibt es nicht mehr. Das ist das alte System, wo man sich über SMS angemeldet hat. Das wurde ersetzt durch die ID Austria und dieses neue System, das braucht eine App. Das digitale Amt ist eine davon. Es gibt auch andere, wie zum Beispiel von der Artrust und es gibt auch so Schlüsselanhänger, sogenannte Fido-Tokens, über die man die ID Austria auch verwenden kann. Gut. Herr Volksanwalt, ist dieses System jetzt so aufgesetzt, so niederschwellig, so einfach benutzbar, wie das eigentlich sein sollte, wenn man speziell auch ältere Menschen damit ansprechen wird? Ich bin jetzt schon ausgestiegen beim Begriff Fido-Token. Das war bereits für mich fachchinesisch erster Ordnung. Zugegebenermaßen, ich bin auch schon in einem fortgeschrittenen Alter. Aber vom Einzelfall ausgehend sehen wir natürlich, dass hier bei der Frage der Digitalisierung auf allen Bereichen eine Altersdiskriminierung stattfindet. Auch eine Diskriminierung von Menschen, die sich auch in jüngeren Jahren vielleicht aufgrund einer Behinderung nicht so gut kennenlernen. Und letztlich, man muss sich auch alles, was da an technischen Dingen benötigt wird, muss man sich ja um sein Geld kaufen. Das wird ja nicht von der Republik Österreich. Wir hätten nicht gerne im digitalen Amt. Da hast du jetzt das Amt in Form eines Laptops, Computers oder eines Smartphones. Das habe ich mir gemerkt, den Ausdruck. Dass man sich das jetzt auf den Tisch bekommen kann. Und was dann noch dazu, an Mythen dazu kommt. Also wir haben in der Stellungnahme und wir haben es auch gelesen, es kann aus datenschutzrechtlichen Gründen, darf es nicht per E-Mail verschickt werden. Wir haben ja die Datenschutzkommission, haben wir dann angeschrieben, haben gefragt, stimmt das tatsächlich? Und die sagen nein. Und mittlerweile, der Herr Heinrich bekommt in einer Einzelfallentscheidung, er bekommt es jetzt in Zukunft per Mail wieder zugestellt. Hören wir uns kurz an, wie im Generellen entschieden wird. Was schreibt das Bildungsministerium? Es bleibt nämlich bei dieser Einzelfallentscheidung. Man hat uns geschrieben, die Funktionalitäten und technischen Nutzungsmöglichkeiten des Personalmanagementsystems, welches wir für alle Landeslehrerinnen und Landeslehrer zu nutzen haben, stellen die Möglichkeit einer Mailzustellung an private Mailadresse der Lehrperson derzeit nicht zur Verfügung. Und nach Rücksprache mit Vertreterinnen des Bundeskanzleramtes und des Bundesrechenzentrums ist derzeit auch nicht angedacht, das System um diese Funktionalität zu erweitern. Aber beim Herrn Heinrich gibt es jetzt offenbar diese Mailzustellung illegalerweise? Nein, es ist ja nicht illegal, aber Sie wollen es einfach nicht. Und damit man, und das entsteht bei mir so der Eindruck, man möchte die Menschen auch mit einem sanften Zwang dort auch hineinbringen, weil da ist die trotzige, ich formuliere es so, Reaktion war, in Zukunft können Sie auch alle per Papier haben, wenn Sie wollen. Aber wir behalten uns vor, dann Kosten dafür zu verlangen. Wäre das in Ordnung? Das ist dann die gute Idee. Absolut nicht. Also man merkt so direkt, man ist erwischt worden bei irgendwas, trotzige Reaktion und man stellt sofort die Rute ins Fenster, dann kostet es halt was. Herr Lohninger, gibt es eigentlich ein Recht auf eine bestimmte Art der Zustellung? Habe ich ein Recht darauf, Dinge als Mail oder vielleicht sogar als Brief zu bekommen? Gibt es da ein Gesetz dafür? Es gibt im E-Government-Gesetz seit Juli diesen Jahres annähernd so ein Recht, aber das ist wirklich eher als Pfusch auf den letzten Jäkern vor der Wahl gemacht worden. Das würde diesen Fall hier nicht lösen, weil der auf Landesebene ist. Aber auch die anderen Diskriminierungsfälle, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, der Reparaturbonus, Handwerkerbonus, Zahnarztbonus, das sind ja auch nicht nur die Pensionsbeträge. Also Krankenschwestern in Österreich, Lehrer in Oberösterreich oder der Steiermark, die alle kommen zu ihren Dokumenten, nur noch mit der Eidio-Austria. Also wir haben dieses Problem in der Fläche und auch die Diskriminierung, die Sie zuletzt angesprochen haben mit den höheren Gebühren, ist dort explizit erlaubt. Klassisches Beispiel, ein Parkpickerl für Anrainer kostet in Wien und Graz 20 Prozent mehr für die Oma, die kein Smartphone hat. Wäre ja auch vielleicht ein Fall für die Volksanwaltschaft, sich das einmal anzuschauen. Durchaus, aber wie gesagt, weil es schon erwähnt wurde, die Frage zum Beispiel, wie man zum Handwerkerbonus kommt, wie man zum Klimabonus kommt, aufgrund elektronischer Masken, die da drin sind, das ist bei uns ein Dauerbrenner. Jetzt möchte ich nur kurz ein bisschen dagegenhalten, weil niemand vom Bildungsministerium bei uns ist. Ist aber nicht das Digitale die Zukunft? Müssen wir da nicht herangeführt werden? An sich finde ich es gut, dass der Staat immer mehr digitale Möglichkeiten anbietet. Das haben wir ja auch aus der Pandemie gelernt, dass das oft wirklich Zeit spart und gerade für Menschen, die vielleicht Kinder haben, die viel arbeiten müssen, ist das wirklich ein Zeitersparnis und das bedeutet mehr Freizeit. Aber wenn der Staat Dinge digitalisiert, darf man nicht Leute zurücklassen. Und das ist hier passiert. Also man muss einfach ganz genau hinschauen, welche Bevölkerungsteile werden ein Problem damit haben. Weil die älter sind, weil die nicht so digital affin sind oder weil sie besonders datenschutzaffin sind und einfach sagen, ich will bei diesem System nicht mitmachen. Kann es wirklich auch sein, dass da irgendwas mit dem Handy nicht funktioniert hat, dass das Handy nicht tauglich war, um genau diese Skills zu erfüllen, die verlangt werden? Das kann sehr wohl sein. Es ist so, dass auch die ID Austria offiziell sagt, dass gewisse ältere Handys nicht unterstützt werden. Kann man auf der Website nachlesen. Und das heißt doch besonders einkommensschwache Leute werden eher älteres Handy haben. Herr Volksanwalt, was fordern Sie in der Sache? Was soll das Bildungsministerium tun? Nein, nicht nur das Bildungsministerium. Wir haben jetzt auch aufgrund dieses Einzelfalls hier sind wir ans Bundeskanzleramt herangetreten, weil viele Ministerien befasst sind. Und da gibt es zwar keine Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers, aber trotzdem Interessen, die mehrere Ministerien betreffen, laufen dort einmal zu einer Koordinierung, zu einer Art Koordinierung zusammen. Und daher haben wir das Bundeskanzleramt jetzt einmal eingeschaltet und gesagt, es kann nicht sein. Ich möchte nämlich ins selbe Horn stoßen. Es gilt darum, das eine tun, aber das andere nicht lassen. Es wird sicherlich mit jedem Schuljahrgang mehr an einer österreichischen Schule wird der digitale Zugang ein besserer. Und das kennen damit. Aber das wird nicht von heute auf morgen gehen. Und derzeit sind wir in einer solchen Situation, dass wir gerade bei digital benachteiligten Gruppierungen, wir haben sie schon aufgezählt, es zu dieser Situation kommen. Man sagt, da muss es einen Übergang geben, einen sanften Übergang geben. Nicht so oder so. Oder du wirst mit Strafzahlung unter Anführungszeichen damit bestraft. So kann es nicht funktionieren. Das ist keine Verwaltung, wo man wirklich darauf schaut, dass es den Bürgern, allen Bürgern im Land gut geht. Sondern das ist eine, wo man sagt, aus Kostendruck oder warum auch immer, wir wollen das jetzt so und so durchziehen. Sollte wer auch immer eine Regelung erlassen, wo drinnen steht, es gibt eben das Recht auf behördliche Mitteilungen in E-Mail-Form und in Briefform. Ich glaube, wenn man sich die Wahlprogramme der Parteien zur letzten Nationalratswahl anschaut, überall steht das eigentlich drinnen, dass man mit der Digitalisierung ein bisschen vorsichtig und vor allem logistisch sorgfältiger umgehen soll. Meine Hoffnung ist es, dass sich jetzt der neu zusammengesetzte Nationalrat sich dieser Thematik auch widmet. Und wir haben es ja vom Herrn Lohninger gerade gehört, dass diese letzte Regelung eher eine schnelle Pfuschregelung war. Und geschult ist vielleicht dem Ende der Legislaturperiode. Aber man könnte bei der neuen Legislaturperiode gleich mit so einem Projekt als Leuchtturm, könnte man gleich starten. Gut, dann hoffen wir, dass da wirklich etwas passiert, wie es der Herr Volksanwalt angedeutet hat. Herr Lohninger, vielen Dank, dass Sie uns zur Verfügung gestanden sind. Wir werden weiter beobachten, was da passiert.